Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute Kata. Hallo! Und schau mal Kata, es geht los! So, so, so cool! Wir machen heute nämlich eine richtig, richtig coole Modenschau und das Thema ist jetzt gruseliger Winter. Das heißt, wir müssen uns jetzt wirklich ein richtig, richtig schönes Outfit raussuchen und wenn die Zeit abgelaufen ist, können wir über den Laufsteg laufen und dann können uns die anderen bewerten. Und die Person, die am besten bewertet wurde, die gewinnt. So cool! Und Kata, weißt du was? Was denn? Ich werde mir wirklich ein richtig, richtig schönes Outfit zusammenstellen. Moment mal, erstmal ein kleiner Schal und warte mal. Oh, ich habe was richtig Süßes und zack. Moment mal. Hallo Kata. Hallo, hey, das wollte ich auch machen. Moment mal, wie siehst du denn aus? Nein, du Nachmacher, das war meine Idee. Okay, dann mache ich was anderes. Okay. Und Moment mal, ich brauche noch ein Oberteil und eine Hose. Ich kann mir sogar einen Gesichtsausdruck holen und oh, richtig coole Sonnenbrillen. Sehr, sehr, sehr nice. Okay, welches Outfit passt zum gruseligen Winter am besten? Ich habe eins, nämlich das hier. Oh, oh, was machst du denn? Das sieht richtig lustig aus. Okay, okay. Jetzt brauche ich nur noch ein Oberteil und dann bin ich gleich schon fertig. Und was ist das denn hier? Und zack. Und Moment mal, wie sehe ich denn aus? Das ist ja so doll lustig. Oh, oh. Kata, ich glaube, ich werde gewinnen mit meinem Outfit. So cool. Ich brauche nur noch ein Oberteil und dann bin ich schon fertig tatsächlich. Hey, ich werde gewinnen. Und ich nehme das Oberteil. Ja, das passt ganz gut. Okay, okay. Moment mal, Kata. Wo bist du denn gerade, bitteschön? Ich bin hier gerade beim Hose suchen. Warte, ich komme zu dir. So und so und so. Ich hoffe, wenn ich über den Laufstück laufe, dass mein Outfit richtig gut bewertet wird. So, so, so cool. Oh, stimmt. Und zack. Moment mal. Oh, ich kann mir mein Outfit hier nochmal vom Namen anschauen. Sehr, sehr, sehr cool. Oh, schau mal, Kata. Wir haben noch 45 Sekunden Zeit und dann beginnt die Modenschau. Und ich bin wirklich so doll gespannt, wie du aussiehst. Oh, das kannst du auch wirklich, wirklich sein. Oh, so cool. Okay, okay. Und es geht gleich los mit der Modenschau. Und es geht los. Ich bin so doll gespannt, wie ich bewertet werde. Oh, sehr, sehr, sehr cool. Oh, ich auch. Ich bin so doll gespannt auf dein Outfit, Kata. Richtig, richtig nice. Oh, guck mal, Kata. Da kommt die erste Person. Und Moment mal. Das Outfit sieht richtig cool aus. Die bekommt drei Sterne. Es ist nicht so gruselig, wie ich dachte. Oh, da hast du recht, Kata. Okay, und es kommt die nächste Person. Warte mal. Naja, das sieht schon ein bisschen gruselig aus. Aber das hat nicht so viel mit Winter zu tun. Nee, ich gebe ihr zwei Sterne. Ich gebe ihr auch zwei Sterne. Oh, sehr cool. Und ich bin richtig doll gespannt, wann ich dran komme. Oh, sehr, sehr, sehr cool. Ich komme dran. Warum? Was? Schau dir mal mein Outfit an. Das ist creepy. Du kriegst fünf Sterne. Oh, danke schön, Kata. Das ist sehr lieb von dir. Ja, was ist denn hier los? Naja, das sieht schon ein bisschen gruselig aus, aber... Und es hat auch nicht so viel mit Winter zu tun. Sie kriegt drei Sterne. Und Kata, du kommst jetzt gleich dran. Ich bin so gespannt. Oh, schau dir das super an. So cool. Sie hat einen Regenschirm und ein richtig schönes blaues Outfit. Sie bekommt drei Sterne von mir. Aber es hat leider gar nichts mit Winter zu tun. Oh, das stimmt. Und Moment mal. Ich glaube, jetzt kommst du dran. Oh, du kommst immer noch nicht dran. Oh, was hat er denn an? Oh, aber da sehe ich auch keinen Winter. Moment mal. Ich gebe ihm zwei Sterne. Das ist nicht so gruselig und das hat auch nicht viel mit Winter zu tun. Oh. Du bist dran und... Ja. Wie siehst du denn aus? Du bekommst fünf Sterne. So cool. Dein Outfit ist ja wirklich so doll lustig, Kata. Dankeschön. Oh, richtig, richtig cool. Das macht so doll viel Spaß. Und die nächste Person kommt und... Oh, das ist ein cooles Outfit. Das ist so richtig doll gruselig und... Naja, hat auch ein bisschen was mit Winter zu tun. Du kriegst vier Sterne. Das gefällt mir auch richtig gut. Oh, mir gefällt es auch gut. Vier Sterne auch von mir. Oh, sehr nice. Und... Oh, das wäre so cool, wenn ich gewinne. Und... Bitte erster Platz und... Ich bin zweiter Platz. Oh, wie cool ist das denn? Ich bin auf dem zweiten Platz, Kata. Nice. Oh, ja. Das macht wirklich richtig doll viel Spaß. Und es geht los, Kata. Und Moment mal. Die Kategorie ist Fashion Famous. Das heißt, man muss wirklich richtig, richtig schön aussehen. Oh, stimmt. Dann hole ich mir das hier. Oh, das sieht so süß aus. Und warte mal, dafür brauche ich natürlich auch einen passenden Hut. Und ich glaube, ich nehme den Hut hier. So. Das sieht auf jeden Fall schon richtig süß aus. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was ich anziehen soll. Oh, oh. Äh, hallo. Na? Hallo. Oh, du hast aber schöne Haare. Dankeschön. Ich glaube, ich hole mir hier die Weste. Hm, in blau, bitteschön. Oh, das sieht so lustig aus. Und jetzt brauche ich noch eine grüne Hose, bitteschön. Und ich würde sagen, ich hole mir hier die grüne Hose. So und so. Oh, ich sehe richtig lustig aus, Kater. Moment mal. Ich könnte mir auch das Oberteil hier holen. Oh, sehr nice. Okay, warte mal. Dann muss ich mich ganz kurz umziehen. Dann muss ich nämlich die Weste kurz ausziehen. Oh, so cool. Und ich glaube, die Flügel ziehe ich auch nochmal aus. So und so. Und die Mütze auch. Okay, warte mal. Jetzt brauche ich noch eine richtig, richtig schöne Mütze. Und dann gefällt mir mein Outfit schon wirklich richtig doll gut. Oh, ich finde, ich sehe auch richtig süß aus. Oh, sehr cool. Und warte mal. Hier gibt es auf jeden Fall noch Haare. Ich glaube, ich nehme die Haare. Moment mal. Ich sehe ja so doll lustig aus. Ich könnte auch die Haare hier nehmen. Kater. Was denn? Moment mal. Ich habe zwei Haare aufeinander. Oh. Okay, dann hole ich mir noch einen süßen Gesichtsausdruck. Oh, ich sehe so süß aus. Okay, warte mal. Da brauche ich jetzt noch eine coole Hose. Und dann bin ich fertig mit meinem Outfit. Und wie weit bist du mit deinem Outfit schon? Ich bin auch so gut wie fertig. Oh, sehr nice. Okay, okay. Mein Outfit sieht wirklich so doll lustig aus. Und warte mal, Kater. Wo bist du denn? Oh, ich bin hier gerade in einem Geschäft und schaue mich nochmal um. Aber du darfst mich nicht sehen. Das soll eine Überraschung sein. Oh, sehr cool. Und warte mal. Es geht gleich auf den Laufsteg. So nice. Ich bin wirklich richtig doll gespannt, wie du aussiehst. Oh, ich bin auch gespannt, wie du aussiehst. Oh, ja. Und guck mal, Kater. Der erste kommt schon. Oh, das Outfit ist ja so cool. Die Flügel gefallen mir richtig gut. Sie bekommt vier Sterne. Wie viele Sterne hast du ihr gegeben? Oh, ich habe ihr vier Sterne auch gegeben. Oh, sehr nice. Und was ist denn das für ein Outfit? Was ist das denn für ein Quatschmacher? Ach, Mann. Das sieht so lustig aus. Er bekommt drei Sterne. Oh, so cool. Und die nächste Person kommt und... Oh, das Outfit ist auch richtig cool. Das ist richtig schön schlicht. Oh, da hast du recht. Ich gebe ihr drei Sterne. Oh, ich habe hier auch drei Sterne bekommen. Und die nächste Person kommt und... Oh, schau dir das Outfit mal an. Was ist denn hier los? Mit richtig schönen Flügeln und einem richtig schönen Kleid. Sie bekommt vier Sterne. Und ich bin die nächste. Schau mal. Und ich habe kleine Katzenohren. Oh, wie süß ist das denn? Mir gefällt dein Outfit so gut. Und vor allem auch deine Haare. Du kriegst fünf Sterne, Katja. Dankeschön. Oh, richtig hübsch. Und warte mal. Vielleicht komme ich jetzt als Nächster dran. Sehr, sehr, sehr cool. Oh, ich bin dran. Und dann gehe ich mein Outfit an. Oh, wie süß du aus. Sie ist Outfit zum Stern auf jeden Fall. Oh, danke schön. Ich habe zwei Frisuren in einer. Oh, sehr nice. Ich bin wirklich so gespannt, auf welchen Platz wir kommen. Das ist ja so cool. Oh, ich hoffe, ich komme auf den ersten. Oh, das stimmt. Oh, die nächste Person ist schon da. Okay, sie bekommt zwei Sterne von mir. Oh, von mir auch. Ich finde das Outfit jetzt nicht so schön. Oh, das stimmt. Und die letzte Person kommt. Und oh, schau mal, Katja. Sie hat ein richtig schönes, lernes Kleid an und richtig lange Haare. Sie bekommt drei Sterne. Von mir auch. Oh, sehr gut. Und wer ist der Gewinner? Ich bin so doll gespannt. Und... Oh, ich bin auf dem zweiten. Oh, so süß, Katja. Du bist auf dem zweiten Platz. Oh, mir gefällt dein Outfit auch wirklich so gut. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und es startet die nächste Runde. Und das Thema ist Winterfee. Moment mal. Ich bin eine Winterfee. Warte mal. Da brauche ich auf jeden Fall die Haare hier. Katja, weißt du was? Was denn? Ich bin eine richtig schöne Winterfee. Oh, das kann ich mir vorstellen bei dir. Okay, warte mal. Dann nehme ich mir die Flügelchen hier. Und zack. Oh, so süß. Okay, okay. Dann brauche ich natürlich noch ein richtig schönes Oberteil. Und eine richtig süße Hose. Und warte mal. Ich hole mir den Gesichtsausdruck. Oh, das sieht so süß aus, Katja. Du wirst richtig, richtig überrascht sein, wie ich aussehe. Oh, ich sehe aber auch süß aus. Ah, sehr cool. Oh, so sieht mein Outfit bis jetzt aus. Und ich bin wirklich richtig doll gespannt, wie dein Outfit aussieht. So, so, so cool. Oh, stimmt. Und warte mal. Hast du auch lange weiße Haare? Ich habe große Haare. Oh, wie süß. Richtig, richtig cool. Und Moment mal. Hier kann ich meine Haare auch ein bisschen umfärben. Oh, sehr cool. So sehe ich wirklich richtig, richtig süß aus. Ich bin so doll gespannt. Richtig, richtig nice. Und guck mal, Katja. Die erste Person kommt. Und oh, ihr Outfit ist richtig schön. Mit dem pinken Kleid und pinken Haaren. Ich gebe ihr drei Sterne. Aber sie ist gar keine Fehl. Oh, das stimmt. Sie hat ihre Feenflügel vergessen. Und die nächste Person kommt. Und oh, die sieht ja süß aus. Mit den richtig schönen Flügeln und den richtig süßen Haaren. Sie bekommt vier Sterne von mir. Oh, mir gefallen die Flügel echt gut. Oh, das stimmt. Richtig, richtig hübsch. Und es kommt gleich die nächste Person. Und ich bin so gespannt. Das bist du. Oh, Katja. Das Outfit ist ja so schön. Mit der Krone und den lila Haaren. Oh, du bekommst fünf Sterne von mir. So schön. Oh, danke schön. Ah, richtig, richtig cool. Du bist eine richtig schöne Winterfee. Und der nächste kommt. Oh, das ist ja ein schönes Outfit. Vor allem mit dem kleinen süßen Hundi. So, so, so cool. Oh, mir gefallen die Flügel so gut. Oh, ja. Und die nächste Person kommt. Das sieht so schön aus. Mit den Flügeln und mit dem Kleid. Und sogar die Schminke sieht richtig schön aus. Oh, das stimmt. Mir gefallen die Effekte auch super gut. Oh, ja. Richtig nice. Und warte mal. Wann komm ich denn dran, bitte schön? Oh, ich glaube, du kommst gleich dran. Und Moment mal. Oh, was macht sie denn? Oh, sehr cool. Die Flügel sind wirklich so doll hübsch. Und als nächstes bist du dran. Schau mal. Oh, du siehst so süß aus. Hallo. Ich bin eine kleine Fee. Oh, so cool. Du bist ja gar keine Feechen an. Oh, das stimmt. Ich laufe hier barfuß rum. Oh, so süß. Oh, danke schön, Katja. Und ich bin zweiter Platz. Oh, sehr, sehr süß. Oh, wie cool ist das denn? Ich habe den zweiten Platz erreicht. Richtig, richtig nice. Das macht wirklich so doll Spaß, die Modenschau. Oh, da hast du recht. So, Leute. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schreibt bei der lieben Katja vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.